Südkorea hat ein Fahrverbot für tausende Pkw des deutschen Autobauers BMW verhängt. Rund 20.000 Autos werden laut zuständigem Ministerium aus dem Verkehr gezogen. Es drohe Brandgefahr. Grund dafür sei eine fehlerhafte Abgaskomponente. Ich rufe Bürgermeister, Gouverneure und andere staatliche Stellen dazu auf, jenen BMW-Kraftfahrzeugen die Teilnahme am Straßenverkehr zu untersagen, die noch nicht überprüft wurden, so die südkoreanische Ministerin für Infrastruktur und Transport. Allein zwischen Januar und Juli dieses Jahres waren 27 Autos der Marke in Südkorea in Brand geraten. In der vergangenen Woche hatte sich BMW dafür entschuldigt und 106.000 Dieselfahrzeuge in die Werkstätten gerufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017